Wer mit Builder All Business arbeitet und Geld verdienen möchte, der muss das Geld irgendwann auch ausgezahlt bekommen. Und dazu musst du ein Steuerformular einreichen, sprich deine Kontaktdaten einmal bestätigen. Das Ganze geht sehr einfach. Du gehst zu Builder All Business und dann zum Punkt Steuerformulare. Als erstes erscheint hier der Hinweis, dass dieses Formular nur ausgefüllt werden sollte, wenn du in den USA wohnst. Das tun wir nicht. Wir wohnen in Deutschland und daher müssen wir das Formular W8BEN nutzen. Da klicke ich einmal drauf und dann trägst du hier deine Daten ein. Das ist dein Name, deine Staatsbürgerschaft, der Hauptfondensitz, die Stadt, das Land, die Postanschrift. Was wir freilassen können, ist dann hier die US-ID, weil da haben wir keine. Wir müssen unter Ausländische Steueridentifikationsnummer dann unsere Steuernummer eintragen. Das Geburtsdatum und hier ganz unten Art des Einkommens wäre dann Partnerprogramm. Wenn du alles ausgefüllt hast, klickst du hier auf Signaturanfrage senden und dann bekommst du in 3, 4, 5 Minuten eine E-Mail. Bei deiner E-Mail bekommst du jetzt hier einen Link und über diesen Link kannst du jetzt digital dein Formular erstellen und unterschreiben. Der Spaß sieht dann so aus. Sollte hier oben eine Fehlermeldung kommen, dass sich ein Pop-up öffnen möchte, dann lass dies bitte an dieser Stelle zu, damit du hier Zugriff auf alle Details bekommst. Kontrolliere, ob die Angaben korrekt sind und sofern noch nicht geschehen, steht hier unten dann, dass du das Ganze unterschreiben kannst. Was dann passiert ist, es öffnet sich ein kleines Fenster mit deiner Pseudo-Unterschrift, keine echte, das ist ein Bild. Das kannst du dann bestätigen, dann wird das hier eingefügt und dann ist der ganze Prozess auch schon abgeschlossen. Du wirst dann auf diese Seite weitergeleitet und zuweilen gibt es dann hier noch ein Pop-up, in der die Frage kommt, ob du dann das Programm DocuSign künftig nutzen möchtest, um deine Verträge zu unterschreiben. Da sagst du einfach Nein, Danke, außer du möchtest das natürlich, brauchst du aber nicht, sag einfach Nein, Danke, dann ist der Prozess abgeschlossen und du bekommst eine E-Mail, in der dann auch steht, abgeschlossenes Dokument einsehen. Klicke ich hier drauf, komme ich noch einmal zu dem Dokument und dann steht hier unten eben der Punkt Schließen. Gehen wir jetzt zurück zum Punkt BuilderAll Business und rufen die Seite Steuerformulare noch einmal neu auf. Und in diesem Fall sehen wir, dass der Button jetzt grün ist, es ist also alles korrekt eingetragen, alles fertig und wir können anfangen, von BuilderAll Geld zu bekommen.